Ein bisschen Intro. Komm, wenn du rauchst nochmal und dann kann man ordentlich husten. Aber nimmst du schon auf? Nee. Aber du kannst schon aufnehmen, Annika. Gut, dann nehm ich mal schon auf, ja. Das cool ist, man kann hier Kirschkeimweitspucken machen. Ja? Mhm. Und ich warte, dass dann tausend Kirschbomben auf dem Hof stehen. Okay. My love, why are you trembling? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020